Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Cannabis-Clubs warten nach Teillegalisierung auf ihre Genehmigung. Mit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland stehen die neu gegründeten Cannabis-Clubs vor einer ungewissen Zukunft. Die öffentliche Diskussion um die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Genehmigung solcher Einrichtungen notwendig sind, nimmt an Fahrt auf. Auch wenn die Gesetzgebung die Gründung dieser Clubs ermöglicht hat, gibt es noch keine klare Vorgehensweise, die die Betreiber öffentlich umsetzen können. Die Clubs, die das Ziel haben, Cannabis im Rahmen eines geschlossenen Nutzerkreises anzubieten, stehen vor erheblichen Herausforderungen. Laut Berichten von Betreibern und Interessierten mangelt es derzeit an klaren Richtlinien, die für die Anmeldung und den Betrieb erforderlich sind. Dies erschwert es den Clubs, rechtzeitig alle notwendigen Genehmigungen zu beantragen und somit die Angebote tatsächlich bereitzustellen. Einige Beteiligte äußerten sich zu den Herausforderungen, die mit dem Genehmigungsprozess verbunden sind. Viele Betreiber zeigten sich besorgt über die Unsicherheit, die mit der unklaren rechtlichen Lage einhergeht. Sie monierten, dass trotz positiver Signale von der Politik in der Praxis kaum Fortschritte erkennbar seien. Die meisten Clubs sehen sich somit gezwungen, vorerst abzuwarten, bis die Behörden die erforderlichen Vorschriften und Richtlinien erlassen. Die verschiedenen Bundesländer scheinen unterschiedliche Ansätze zu verfolgen, was zu einem weiteren Gefühl der Unsicherheit bei den Gründern von Cannabis-Clubs beiträgt. Eine zentrale, einheitliche Regelung, die für alle Clubs in Deutschland Gültigkeit hätte, wäre für viele der Betreiber wünschenswert. Ohne diese Klarheit bleiben viele Clubs abwartend und können ihren potenziellen Mitgliedern nicht die versprochenen Angebote machen. Darüber hinaus äußerten einige Befürworter der Legalisierung ihre Enttäuschung über die langsamen Fortschritte im Genehmigungsverfahren. Der Mangel an spezifischen Informationen bezüglich des Vorgehens zur Gründung eines Cannabis-Clubs wird als hinderlich wahrgenommen. Viele potenzielle Club-Mitglieder warten sehnsüchtig darauf, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen klären und die Clubs in der Lage sind, ihre Türen zu öffnen. Die bestehenden Unstimmigkeiten innerhalb der geduldeten Praxis führen auch dazu, dass potenzielle Mitglieder verunsichert sind und in ihrer Entscheidung, einem Club beizutreten, zögern. Während die Anbieter darauf warten, dass die Genehmigungen erteilt werden, planen sie oft, wie sie ihren Club attraktiv und sicher gestalten können. Verschiedene Ideen werden diskutiert, von Gemeinschaftsveranstaltungen bis hin zu Informationsabenden, um potenzielle Mitglieder über die Vorteile des Vereinslebens zu informieren. Dennoch bleibt das Gefühl der Vorfreude vieler Betreiber von den Unsicherheiten überschattet, die mit der aktuellen Lage verbunden sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland trotz der positiven Aspekte die Stimmung der Betreiber von Cannabis-Clubs erheblich trübt. Die noch ausstehenden Genehmigungen und die Differenzen in der Handhabung seitens der Behörden stellen sich als große Hürden heraus. Ein einheitlicher und transparenter Prozess zur Genehmigung dieser Clubs könnte dazu beitragen, die Situation zu klären und den Betreibern und Mitgliedern, das Gefühl der Sicherheit zu geben, das sie derzeit vermissen. Autor Anita Farke, Montag, 19. August, 2.4. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.